Kerzen geben ein warmes Licht und eine schöne Stimmung. Jeder vierte Brand passiert wegen einer Kerze. Gerade die Adventszeit ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich und die Folgen können verheerend sein. Mit ein paar einfachen Regeln lässt sich das vermeiden. Scrollet auf dieser Seite herunter und erfahrt alles, das ihr über einen sicheren Umgang mit Kerzen wissen müsst. Bitte helft mit, Brenn zu vermeiden!